Yo, lang ist es her, wir spielen auf der Screenhead. Das ist unglaublich, man mag es kaum fassen. Ich erlebe noch, ja? So, wir haben schon mal einen interessanten, wirklich sehr schönen Charakter hier. So, lala, das Jukkan, ähm, okay, er ist wie Müll. Damn bastards, they will pay in the front. Okay, gibt es auf jeden Fall Beef hier in der Firma, wie es scheint. Schlipsträger, sehr hübsche Schlipsträger an der Stelle, ja. Ja, aber nee, ich kann mich vielleicht ins Gesicht fassen, ne? So, ja, so, oder vielleicht den hier, ne? Ja, komm, lutschen, lutschen, was zur Hölle passiert hier? Ja, macht natürlich Sinn. Gut, wenn das so ist, wenn das so ist, ähm, okay, ich, oh. Oh, okay, wenn, wenn, oh. Und, und, dann, dann kann ich sicher, oh. Okay, jetzt, jetzt soll ich alle umbringen. Oh, okay, 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 Leute, das ist, das, 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 das ist vielleicht verstörend. Ich, ich verstehe hier selber gerade gar nicht mal so genau. Verdammt, mein, mein Leben geht alle, das heißt Kopf wechseln, Leute. Ich mach alle kaputt. Treff ich den von hier? Was ist, wenn ich hier, oh, oh. Okay, ähm, wie wir wissen, können Bildschirme natürlich durch die Wände fliegen. Äh, ist eine ganz natürliche Sache. Liegt an den Lagunelefanten, welche dank Voltaren-Schmerzer bei der SPD nun auch wir Horn verdanken. Okay, dieses Spiel ist klein und dem Namen auch zu urteilen wahrscheinlich auch inhaltlich sehr klein. Okay, wir, wir sind dieser wunderschöne, ich glaub, das ist ein Kakadu. Gefällt mir. Ich, ich mag Kakadus nicht. Oder ist das ein Ara? Oder ein Aria? Genau, ein Aria. Das war witzig, wenn ich... Okay, Ultimate Armor Unlocked. Hier haben wir einen Laserschwell oder so. Boah, Ultimate Weapon Unlocked. Und da haben wir den Boss. Okay, oh. Ich glaub, ich hab gewonnen. Nächstes Spiel. Seht ihr den da? Das, das ist Lenny. Und, und, Lenny hat eine Insel. Das, das ist großartig. Lenny hat die Moves und den Hut. Oh, yeah. Seht ihr, seht ihr die Moves? Yeah, yeah. Okay. Lenny, Lenny, geh ab. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Diamant. Das ist super. Anscheinend haben wir hier die Aufgabe, Diamanten auch zu sammeln. Ist ja low. Boing. Boah, wie ausra... Boah, 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 boah. Eskalier mit einem Schwung. Okay, Lenny. Was kannst du mit deiner Insel? Ah. Ah. Okay, das, das kann ich vielleicht nicht. Kommt hier raus? Na klar, ich springe auch immer hoch. Ah, ich bin so begeistert von diesem Spiel. Meine Begeisterung findet keine Grenzen, wenn ich dieses unglaublich tolle Spiel spiele. Eskalier hat er... Oh. Wisst ihr was? Das Spiel ist scheiße. ARD Text im Auftrag von Funk